So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira. Mira, Mann im roten Anzug. Heute möchte ich euch eine weitere mentale Einstellung des Energy Flow vorstellen. Es heißt stärkerer Rücken. Was ist damit gemeint? Wir haben einen Lebensweg. Auf diesem Lebensweg stellen wir uns vor, dieser Lebensweg geht dann voran und auf diesem Lebensweg sind verschiedene Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Wir können jetzt da hingehen und diesen Stein sehen und das ist der erste Stein, der ist relativ klein. Wir nehmen den, packen ihn und schieben mit aller Kraft zur Seite. Wunderbar. Wir gehen jetzt rüber und denken, es wird alles wieder gut laufen und dann sehen wir wiederum einen größeren Stein. Jetzt schaffen wir es mit aller größter Anstrengung das auch noch zur Seite zu tun. Manche glauben jetzt, das war's und das wird nicht mal passieren. Nein, es wird immer wieder Herausforderung und Aufgaben in unserem Leben auftreten, sprich Stein im Weg. Jetzt kommen wir hier hin. Jetzt denkst du, oh mein Gott, das ist ja ein Riesenbrocken. Aber du glaubst an dich, weil du bist ein Gewinner und sagst, alles klar, ich packe diesen Stein und du schiebst ihn zur Seite mit aller Kraft und all deinen Muskeln sind trainiert. Dann kommt danach ein Stein, der ungefähr so groß ist wie der zweite Stein. Jetzt ist die Frage, wird es jetzt einfacher sein, diesen Stein zur Seite oder schwerer sein? Die Antwort ist ganz einfach. Es wird leichter sein. Warum? Hier hat man schon dreimal trainiert. Man ist stärker geworden. Man hat die Muskeln trainiert, genauso ähnlich wie beim Fitnesstraining. Und da fängt man einfach auch mit wenig Gewicht an und wird immer stärker. Und wenn man dann einmal das hier geschafft hat, ist das hier hier überhaupt kein Problem mehr, weil man das schon geschafft hat. Da ist man trainiert, man ist stärker geworden. So, genauso ist es auch ja bei dir. Du musst dich trainieren. Das heißt, wenn immer eine Aufgabe auf dich herauskommt, also Aufgabe heißt für andere Probleme, dann freu dich des Lebens. Sag wunderbar, das Leben gibt mir wieder eine neue Aufgabe. Ich kann wieder trainieren und ich kann stärker werden. Manche Menschen sagen, lieber Gott, nehme mir die Last von den Schultern und ich sage immer, lieber Gott, gib mir eine Stärke im Rücken. Lass mich diese Last tragen können. Lass mich noch stärker sein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Training für einen stärkeren Rücken. Dein Mira